Musik Schirra, Festivalstimmung, wo sind wir denn heute hier? Heute sind wir in einem wunderschönen Nusswendel am See, auf dem herrlichen Open Dosen-Festival. Tausend Liter Freibierwegen hier. Wie lange mussten wir heute fahren hier denn? Ich musste zehn Minuten gehen. Oh ja, also Heimspiel heute. Yeah Baby! Ich habe hier den ersten Vorsitzenden von Open Dosen dabei. Der Schirmherr, der Schirmherr des Open Dosen. Was ist denn das Open Dosen? Ja, Open Dosen ist ein Festival für Jung und Alt, wo jeder kommen kann. Egal, seinen finanziellen Status her. Ist doch 1.000 Liter Freibier! Genau! Es kostet keinen Eintritt, 1.000 Liter Freibier und es soll fröhlich gefeiert werden. Sehr, sehr gut. Und wer schwenkt hier schon in den Bild hinein? Sehr gut, jawoll! Jawoll! Gefällt es Ihnen hier? Also... Schössert! Mir ist das zu laut alles. Ah ja! Guck mal die modernen Musik! Kleiner aber feiner Campingplatz des Open Dosen Festival, Günther. Ja! Du als einer hier, der sogar mitorganisiert. Ja! Erzähl uns mal ein bisschen was über die Geschichte dieses schönen Festivals ist. Also, Open Dosen Festival findet dieses Jahr zum 21. Mal statt. Ist eine Party, die für Jung und Alt eigentlich ist. Grundlage des Ganzen ist Dosenbierkonsum. Wir schenken hier Dosenbier aus. Tatsächlich 1.000 Liter Freibier gibt es hier. Und entstanden ist das Ganze als Schnaps- oder Bieridee am Lagerfeuer, wo wir hier mal gegrillt haben auf dem Platz. Und ja, wir machen es jetzt seit 21 Jahren und haben immer noch Bock auf den Scheiß. Geile Sache! Technischer Assistent. Guck mal! Guck mal! Ich habe ein cooles Instrument gefunden. Das ist die Theorben-Sister. Ich hätte gerne Theorben-Sister. Schirra, du musst heute so ein bisschen die Moderatorenrolle einnehmen. Wen haben wir denn da? Yannick! Okay, was macht denn der Yannick bei dir? Er spielt heute Gitarre für den lieben Ben, weil er nicht kann. Wo ist denn der Ben? Die alte Ben-Mutte spielt bei Ohrenfeind mit. Aha! Und so haben wir ein bisschen mehr diesen Boy-Ben-Faktor. Wir holen uns die jungen knackigen Männer hier anstrahlen. Sehr, sehr gut. Ach, war was für das Auge für uns war, ne? Sehr, sehr gut. Man gibt was man kann.